willkommen zurück zu final fantasy 15 so in dieser folge werden wir zur vorschau höhle reisen so aufgaben ziel okay das klappt nicht dann eben die karte und zwar müssen wir dahin und da reisen wir direkt hin schnell zu den chokoboos schön ruhig hier so da sind wir auch schon und dann ist mir noch aufgefallen ich habe ja noch ganz vergessen euch noch eine bestimmte waffe zu zeigen denn es gibt eine schusswaffe die nur noch das nutzen kann und das ist kerberos so und die zeige ich euch natürlich aber dafür brauchen wir erstmal gegner aber auf dem weg zur höhle sind bestimmten irgendwo deswegen sollte das kein problem sein so Hm. Da sollten jetzt eigentlich irgendwo mal Gegner kommen. Hoffentlich klart es noch auf. Ja. Na gut. Irgendwo werden wir schon welche finden. Bevor wir in der Höhle sind. So. Eis ist voll. Okay. Dann einmal Feuer. Und dann noch einmal Blitz. Ist auch voll. Vorsicht. Ah. Sehr schön. So. So. Wir haben nämlich hier ein Scharfschützengewehr. Los geht's. Ja. So. Also wie knickt es jetzt? So lange brauchen wir nicht. Na. Ich brauche Hilfe. Okay. So. Und peng. Und peng. Ja. Das ist dann das Scharfschützengewehr. Dann habe ich euch das auch gezeigt. Aber das werde ich jetzt nicht so wirklich benutzen. weil ja ist nicht wirklich notwendig vielleicht kommen wir mal in die versuchung aber ich glaube es eher nicht so und dann mischen wir mal eben die magie zusammen so und noch ein elixier nein ein elixier danke und das können wir eigentlich gleich mal ausrüsten gut und dann zelten wir hier mal super zelten im schlapp hör auf zu jammern und hilf mir lieber beim aufbau das kiliam refugium gut dafür fehlt uns jetzt was und dann können wir eigentlich nehmen wir das und unser chocobo bekommt das zylkiskraut auch wenn er gerade gar nicht da ist aber egal so obwohl das nehme ich mit das ist irgendwie lustig geht aha so ein neuer tag so ich bin bereit zum aufbruch und ihr ich bin noch müde wollen wir hier kämpfen nein da waren wir gerade so und los geht's auf zur höhle also so suchen wir insgesamt schon Nu westrong machen wir erstmal ふw treff ist buch der schatten von fosho die versiegelte tür öffnen so erst noch mal kurz speichern bevor wir in die höhle gehen so und dann los geht's schatten duster hier so die vorschau höhle lang lang ist sehr so groß ist jetzt nicht so nun einmal durchzwingen hier durch die feldspalte ja so und da sind wir so jetzt rüste ich aber doch mal kurz noch den ring der luzes aus denn damit kann ich die viecher hier mal kurz weg toden aus meinen augen kapuf kapuf und tschüss so wir sind alle erledigt weiter ja ja so dann einmal da durch boom boom oh eine schalotte und noch eine und noch eine und noch eine nee nee ne gedenkmünze ok hallo auf geht's ja schliff und klatsch schwierig im dunkel zu ziehen kann man das nicht anknipsen so die sind alle erledigt schlürf schlürf und klatsch ein aber mit hüß armband und ja ja gut dass ich die bombe einsaugen kann So, dann bin ich jetzt gerade im Kreis gelaufen. Super. Auf geht's. So, schön alles kaputt machen hier drin. Wie oft denn noch? Lassen wir die Waffen sprechen. Wurzeln, brav meine Lieben. So. Gut, Eis ist voll. Also nicht wundern, ich sauge hier die ganzen Viecher einfach zu Tode, weil ich einfach schnell zu der Tür möchte, ohne unnötig Zeit zu verschwenden. Ein Fossil. Schön. So, ich hoffe, wir sind bald mal da. Hallo. Oh, guten Tag. So, ich glaube, es war eine Abkürzung. Weiter geht's. Weiter geht's. Wasser, er ist da. So eng hier, kann mein Schwert kaum schwingen. Wehe, du triffst mich. So, Alterna. Meist du, Gladio. Glaube nicht. Egal. Okay, da ist der falsche Weg. Da hinten müssen wir langen. Glaube ich. Also, ja doch, hier ist immer richtig. So. Da haben wir einmal Blitz und das ist jetzt auch voll. Gut, dann machen wir mal eine weitere Magie. Mal gucken. Okay, das sind so ein paar normale Gegner. Ich dachte, das ist diese Nager von damals wieder da. Weiter geht's. Ja. Ja. So, dann mal hier weiter. Und da ist die Tür. Wir sind an einer versiegelten Tür. Gehen wir durch? Auf jeden Fall. Und sie öffnet sich. Ha, offen. Nichts wie los. Ja. Ja. So. Die gebannte Bestie der Fosho-Höhle. Ah, guten Tag. Los geht's. Yo. Ja. Nicht. Okay. So. Wie siegt's. Mal schauen, was wir hier für Waffen finden werden. Oh, was? Was sind das für Viecher? Ist das nicht, dass Viechers auch der, 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 der Kaiser von Miefelheim war? Oder geworden ist? Was? Kein Auslöser. Ja. 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 Stürb sicher. Äh. Mhm. Ein Drachenzahn. So. Oh. Bam. Oh. 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 und der sieg ist unser kann man mal jemand sagen warum ich jetzt eine mp starse habe ist irgendwie komisch naja egal schaffen wir auch so so diesen klapper kommen wir niemals das bist du jetzt nicht ach ein großer heiße die ganz muss ich sagen schon besiegt ok geh mal da weg eine gedenkmünze oh gott ich muss unbedingt nach altissia und diesen gedenkmünzen typen noch mal finden ich weiß gar nicht mehr was der uns geben kann und jetzt in ein flauschiges hotel wird fall spitzenidee gladio nichts für ungut aber heute kein selten guten tag wo kommst denn du her das war wohl der todesstoß das war eine silbermünze aus dem weg ein skelett ach das war nur zwei guter die wir in zauber sparen können egal so da haben wir wieder so ein sicher wie sieht vorwärts ja einen weiteren qualitätsbaustein ich weiß gar nicht was wir die ganzen dinger brauchen ach ich glaube eine sackkasse ich glaube eine sackkasse kaputt leitfaden des großhofmarschalls ok was genau soll das sein kann nur von egnis angelegt werden verwendet automatische elixir wenn noctis das ip maxima unter 50 prozent fällt hm ok schwarzer gürtel konnte von gladio angelegt werden erhöht die angriffskraft erheblich wenn riesige feinde bekämpft werden ok wir sollten mal unbedingt wieder ein bisschen was ausrüsten schwarzer gürtel bitteschön und du Moment mal servo anzug die stärke stärke bietet denn das lebensmaximum bekommst du das so da bin ich immer gespannt ich sehe schon kommen unsere riesen vorrat an elixir wird sehr schön aufgebraucht werden mal gucken vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlecht wenn ignis da automatisch elixiere benutzt um uns hoch zu heilen dann hätten wir im prinzip noctis als allround talent gladio als tank ignis als ja heiler und pompo als nervensäge perfekt so weiter geht ja wo will er denn hin ja wo wollen die denn hin ja wo wollen die denn hin hallo 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 vorwärts ja kaboom ja da mal na ja 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 so ja 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 In der Kanada. So, all erledigt. Weiter geht's. Ein Megatrank, way. Ich glaube, diesmal sind wir richtig abgebogen. Ah, ein bisschen Magie. Boom! Vorwärts. Ja! Da wären wir. Gut, der erste Zeltplatz. Oh, gar nix. Okay. 248. Beim Schmieden dieser Dolche wurde auf Verzauberung verzichtet. Dafür Wert darauf gelegt, die Statuswerte des Trägers zu verbessern. Naja, so viel verbessert sich da jetzt nicht wirklich im Vergleich zu den Ulrichs Dolchen. Ja, wohl doch ein bisschen. Aber die Dolche von Ulrich geben ein bisschen mehr Lebenspunkte und die sind nicht schlecht. Äh. Hi! Ein Luxusbaustein. Man, ich hab wirklich alles gegeben. Ja. Du kannst stolz erfahren. Äh. Ja, hau. Oh, das ist echt praktisch. Keine Gnade. Ja! Das war ein Jahr. Ja! 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 Okay, gut. Das Bundesignis Automatik. Centurio reif. Was das denn jetzt? Äh. Erhöht das Lebenspunkt Maximum. Und was macht der Rudenreif? Ach ja. Der schützt vor magischen Schatten. Ach, ich brauch dieses, diesen dritten Slot ab. Ich weiß nicht wie denn bekommen. Ach ja doch, durch die Talente. Aber da brauche ich so viel FP-Punkte. Und ich hab die nicht ausreichend. Wobei, lass mir kurz gucken. Fertigkeiten? Ja. 673. Kampf, Kommandos, Heilung, Magie, Königshafen, Wartemodus, Gründung, Statuswerte. Ah. Accessoire Slot. Für Prompto den 3er. Aber da kostet 3,3 30. Okay. Das ist der für Ignis. Der für Gladio. Und der für Noctis. Yeah. Ausrüsten. Doktis. Yeah. Gut. Äh. Hm. Nimm erstmal das. Muss ich mal zwischen folgen bisschen gucken, wie ich das ausrüste. Ich bin ja schon beim Anblick schlecht. Nicht, ja man. Kürz, wie ist das? Ja. Das geht so weit. Sorry. Die sind alle erledigt. Weiter geht's. Aramusha. Zwei Stück? Wirklich. Schon wieder? Gehen? Wirklich? Wirklich? So. Cool. Mit Waffen. Du nichts Unüberlegtes. Ebenso. Ich bin echt unglaublich. Dein Ego ist echt unglaublich. Ich find's unglaublich, dass wir noch leben. So. Eine weitere Kreuzung. Wir gehen wieder mal im Uhrzeigersinn. So. Das geht ja ganz fix. Oh. 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 Das war ja nicht schwer. Wir verstehen uns. Eine Sackgasse. Oh. Lavendelöl. Was bringt das denn bitte? Ein heilkräftiges Öl. Das aufgewühlten Gemüt in Frieden bringt. Erhöht die Willenskraft. Yay. Brauch ich jetzt nicht so wirklich. Dringend. So. Dann gehen wir jetzt die linke Tür. So. So. Was erwartet uns hier? Ah ja. Angriff in dir. Verlass dich drauf. Wie fandst du das? Sauber. Besiegts? Schon. wir leben noch das muss gefeiert werden hier ist kein gegner aber er sagt das super na gut dann gehen wir jetzt die tür gegenüber die muss hier dann richtig sein so und da geht es nach unten drei skelette kriegen wir auch so kaputt braucht man keine magie eine himmelssphäre so ab nach unten aber das ist der wahnsinn schaden ich kann uns tag schmilzt er dahin ein die mann haben wir leben noch das muss gefeuert werden ist das okay jetzt muss man kurz bei den fertigkeiten was gucken gibt es denn da irgendeine möglichkeit damit sich die kommen der kommando balken etwas schneller auflädt team ich glaube dass hier das muss doch irgendwo sein oder auch nicht erkundung königswaffen die haben wir auch schon na wo haben wir es denn doppelsynthese stärkere zauber das gibt es noch nicht irgendwo war das doch kommandos vielleicht irgendwie nicht das kann man kurz mitnehmen das kostet fast nix öl den schaden von überraschungsangriffen kostet auch nix ja das nehmen wir auch mit dann hier magische block ölwender mp starse die angriffskraft immens das kann ja eigentlich auch nicht schlecht sein neutro warb das drücken von fiek unmittelbar nach einem gegnerischen treffer lässt schaden im nichts verpuffen schön was haben wir hier kunst flieger regeneriert mp bei einem treffer in der luft und begnadete lufttänzer möglich nach einem luftschritt angriffskommission einen erneuten luftschritt ok himmelsstürmer möglich unbegrenzt luftschritt ah ja na gut ich glaube die restlichen fp mache ich dann irgendjemand anderes weiter habe ich irgendwas verpasst oder warum trifft er jetzt zu also irgendwie immer kritisch naja mir soll es recht sein hallo vorwärts ja 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 ok ja 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 wo halt ja 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 auf welcher seite stehst du sorry gut wie doch ein wunder hat Noct das überlebt aber ja ist ja kein wunder wenn man so um auch die gebannte bestie ist immer schon da wow da auch besonders fit aus gott ich stehe auf schwer schwinger kümmere ich mich vielen dank ich sehe nichts mehr so königswaffen action oh gott ich sehe gar nichts mehr exekutive ja vorsicht leg los pronto zu spät misst hier bitte du brauchst auch wieder los ob ich sie gar nichts mehr oh welches können das 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 Dieses Ding ist definitiv etwas nervig. Hier geht's, hier geht's, geh weg. Prompto, steh auf, Gladio, heil dich. So Gladio, zeig mal was du kannst. Naja. Oh, Gott. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Oh Gott. So, Kaboom. So, Prompto. Meine Güte, das Ding ist aber nervig. Oh, na toll, der ist niedergeworfen, na super. Oh Gott sei Dank. Oh, wir leben noch, das muss gefeiert werden. Eine Augmentationsklinge, okay. Was ist denn das genau? Obwohl dieses Schwert mit Kaderzau überlegt ist, wird es aufgrund seiner unübertroffenen Angriffswert geschätzt. Das Ding ist scheiße. Hm. Jo. Sieht nach mir spät aus. Gut, dann haben wir das hier auch erledigt. Dann zurück zum Eingang. So, und da sind wir draußen. Ja. So, dann zurück zum Regalier. Heil angekommen. Der unverwechselbare Geruch von Chocobus. Genau. So, Aufgaben. Und das nächste Mal ist dann der Schatten von Daurel dran. Hm. Okay. Zack. So, dann mal fix speichern. So, und dann mal fix speichern. Dann stelle ich mich mal da vorne zum Wohnwagen hin. Dann gibt es nämlich mehr Erfahrungspunkte. So, das machen wir dann auch. Das machen wir dann auch. Das machen wir dann auch. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Das gibt es doch nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. So, jetzt aber. So, dann. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020